Und damit herzlich willkommen zu, jetzt ein bisschen flüssiger hoff ich mal. Yo. Yo, mit Chantal Lafichy, den Dojus, nie wieder im Albtraum, alter. Ähm, und ein bisschen Apfelsaft in der Dose. Ein bisschen Apfelsaft im Glas mit einer Fanta gemischt. Bah, Fanta? Du bist soo widerlich, alter. Bah, nee. Aber mit Cola ist es besser, oder wat? Nein, mit O-Saft oder Energy. Denkst du, ich bewege mich so, um mir ein Energy zu kaufen? Da warst du dein Arsch hier, ey. Dann hat mir alles weg. Was? Ich hab, oh, ich wollte den gar nicht weg, nehm, sorry. Oh, schon wieder oben, krass. Was ist denn das, ey? Es ist trotzdem übrigens nicht, äh, flüssiger. Warum? Weiß ich nicht, es sind immer nur 26 FPS. Jetzt geht's hoch auf 30. Hast du mal einen anderen Ausschalten versucht? Nein. Ist das Kabel richtig drin? Welches? Beide. Ja. Was soll mit dem Doge sein? Was soll mit dem Doge sein? Do you even Doge? No, I've not Doge. I, 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 I've, I've, I've not even Doge. Spektral, du wolltest mir noch Spektalmaterie geben. Ja, kriegst du gleich. Hab gerade andere Probleme. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Gift. Deshalb stand ich nicht mehr da. Ja, wo hätte ich hinlaufen sollen? Das war überall gerade. Da, wo ich stand nicht. Überall. Ja, wo du stand, ich sage. Du musst einfach zu den Feinden hinlaufen dann. Also an sie ranlaufen. Du musst sie anlaufen. Das ist das gemein. Sind das Geisterzambys? Ja. Zerkonischer Edelmann, Skelett war es, weil... Du bist gar kein Skelett. Fuck, Alter. Möchtens dann, hier. Ich war fast tot. Meist, dann geht es ziemlich weit jetzt schon. Voll geil. Dieser scheiß Zauberer fickt mich hier gerade richtig. Mich fickt die beiden Zauberer hier. Guck, der trifft mindestens mal einer. Töte die mal bitte. Die sind ja nicht so schlimm. Ich hatte da gerade eben so einen Übermächtigen. Ach, ich hatte die gleich noch. Übermächtigen. Übermächtigen. Beide tot. Was hast du denn das Geert? Jetzt haben alle so ein Auge über dem Kopf. Das ist nicht meins. Doch. Warte, ich guck nach. Geil. Es kann Eichenherz sein. Das macht nur uns plus. Es kann Lebensgewinn sein. Das macht nur uns plus. Und es kann Wolf sein. Hä, du musst einfach andere Augen haben. Ich hab sonst nur Traumbeherrschung. Ja, siehst du. Du musst aber, dass es irgendein Jägerskil, weil der grün ist. Hab ich aber nicht. Bei Jäger hab ich nur Eichenherz, Lebensgewinn und Wolf. Du hast so drei Skills? Ja. Ansonsten gibt es noch Seuche. Ähm, Dornenhecke. Äh, irgendwann mal die Nymphe. Und Auffrischen. Hier plus. Was ist Auffrischen? Ähm, kriegst du glaube ich Leben zurück. Weiß ich nicht. Habe ich nicht durchgelöschen. Ist das denn hier? Habe ich nicht durchgelöschen. Du willst mich doch nur ablenken, dass ich jetzt nicht alles loote. Ja, guck doch mal schnell nach. Ja, warte. Ähm, Auffrischen, minus 8 Sekunden Aufladezeit, Energiekosten. Das ist ja voll geil. Nein. Ja doch, deine Abklingzeit gehen da runter. Alter, meine Abklingzeit zumindest vom Heel ist so gering inzwischen. Wie hoch? Warte. Kann ich ausprobieren, Moment. Eins, zwei, ungefähr drei Sekunden. Help. Plus, hilf, things. Siehst du? Ich habe es doch gerade erst für mich eingesetzt gehabt. Dann war es schon wieder bereit. Denk da. Schöner, Fahne. Äh, wie viele Schlüssel sind das? Einer. Jetzt habe ich auch einen weniger, naja. Danke, du hast meinen mitverbraucht, Arschloch. Aber der Mondschlüssel. Ja, der Sonnenschlüssel, den haben wir noch. Ich gehe einfach außen rum, bis das Rad zu schnell erhältst du. Das ist recht, ach gemein. Ja, das ist der Marschloch. Hast du den Timer angestellt, bis du sagst, ja. Nein. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich mich erstellen soll. Schütze mich mal kurz, bis gleich. Ja, ich bin jetzt auch wieder da. Ich glaube, durch die Stehzeit ist er noch ein bisschen stärker geworden. Ja. Oh, noch einen Schlüssel. Danke, jetzt hast du meinen Sonnenschlüssel verbraucht. Ja, aber das hast du auch verdient. Du hast mir beides weggenommen. Ich hasse es, wenn die Ausrufezeichen einfach nicht weggehen. Oh, hier ist ein Bossmanster. Oh, gute Idee. Ich bin fast tot. Ich bin gestunt übrigens. Du willst nicht die Mana? Du willst nicht stunnen, hier. Ich bin schon wieder gestunt. So schnell kann ich dich wieder stunnen. Ich bin schon wieder... Was stunnt ihr denn? Diesen Zauber kannst du noch nicht anwenden. Oh, kein Mana mehr, Schrochzö. Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Hier liegt... Warte, ich habe jetzt schon zweimal Spektralmaterie für dich. Oh, dann könnte ich die Truhe. Danke. Oh, mein Gott. Gib mir die Krone. Scheiße, Alter. Ich habe einfach dieses Mal richtig schön viel weggelootet. Ey, komm. Du kannst mir nicht sagen, dass es keine blaue Rüstung ist. Die ist doch voll geil aus. Die hier? Ja. Das sind weiße Rüstungen. Die hat 104. Die hat mehr als meine Meisterrüstung. Ja, mehr als meine auch. Und meine Meisterrüstung hat dann ein bisschen Stärke und alles. Ja, Moment. Noch eins? Das ist das erste. Achso, weil du hast am Anfang das Paar schon gesagt. Ich habe geklopft, ja. Du kannst den Dosenabfelsatz aufmachen. Ja, da habe ich nur drauf geklopft. Da links ist noch irgendwas. Ja, geh schon hin. Warum ja nicht schon. Nein. Boah, fuck. Ich bin fast tot. Erzähl keinen. Ich bin tot. Ich war gestanden. Ich konnte mich nicht heilen. Machst du ein Portal? Warte. Er ist ein bisschen falsch gegangen, danke. Hast du jetzt eins? Ja, steht schon. Danke. Ich habe gerade richtig Bock auf ein Minecraft-Projekt. Ich könnte jetzt spoilern, was die nette MMM-Gruppe für ein Projekt macht. Was denn? Ich habe es dir geschickt, glaube ich. Hast du nicht? Echt nicht? Ich wüsste nicht, wann. Ich bin ja wieder in der Unterhaltung drin, warum auch immer. Ich habe echt keine Ahnung, warum ich da wieder drin bin. Es interessiert aber auch irgendwie keinen, warum ich da drin bin. Es beachtet auch irgendwie keiner, dass ich da drin bin. Wurdest du da wieder hinzugefügt oder was? Keine Ahnung. Ich habe auf einmal wieder die Nachrichten erhalten. Voll geil. Geht, ne? Was gibt es denn da Schönes? Entweder ein Terraria-Projekt, ein Minecraft-Projekt mit ein bisschen Mods, also im Hexit-Style, ein Vanilla-Beta-1-2, ich glaube Vanilla-Beta-1-2. Das ist Vanilla-Beta-1-2. Vanilla-Beta-1-2, ähm, Vanilla-Minecraft-Beta-1-2. Warum macht man sowas? Weil das ganz lustig ist. Also da muss ich zugeben, das finde ich echt cool. Weil, ähm, wo wollen wir hin? Ja, Medina's Heil vielleicht wird Hauptquests abgeben. Nur, so, vielleicht, ne? Na, Medina? Das finde ich ganz cool, weil du halt, ähm, das ist eine extrem alte Version, in der es vieles noch nicht gab. Zum Beispiel Betten. Hier ist dein Trank, Held. Und extrem anderes viel nicht. Eine wirkliche Aufgabe, dass du nicht unsere Hauptquests... Das ist das unsere Hauptquests. Du hast es geschafft, Alexenia zu besitzen. Mehr Aras Kind sollen wir heilen? Was ist Mehr Aras Kind? Semele, Lampodi, Provinze. Nicht seit Perseus diesen selten... Nun, du bist... Hast du sie? Nein. Also ich hab ne Arcan vorbekommen und nen Held rein. Ich auch. Ich hab auch so putzig schön wie du jetzt. Wo ist Medeas? Mehr, mehr... Mehr Aré. Vielleicht ist sie weiter unten. Du bringst meine Wacht. Wo war die? Was? Alter, wieso... Kriegst du jetzt auch... Kriegst du jetzt gerade auch 6000 Sachen? Ja. Ja, ich auch. Schöne, Schöne des Himmelszorn, okay. Ich hab gerade auch 6000 Sachen gekriegt. Hier ist Portalaufgaben, lass mal nicht durchgehen. Okay. Deine Reise beginnt schwer. Folge den Spuren der wenigen, die unter den Toten gewandelt sind. Höre ihr gerade zu. Es wird nicht weit sein. Mit flinkem Fuß und starkem Herzen kannst du uns vielleicht alle retten. Ja, jetzt geht's nach. Hades. Ja, aber was ist mit dem Heiltrank, den wir jetzt noch haben? Ähm, den müssen wir wahrscheinlich mit in den Hades nehmen und irgendein Kind heilen. Ich guck mal kurz nach, ob wir noch irgendwelche offenen Quests haben. Eine unmögliche Aufgabe ist noch offen für mich. Zumindest. Ja, für mich auch. Das ist das mit dem Trank jetzt. Okay. Und Außenposten im Wald ist auch noch offen. Äh, ich guck mal kurz. Das ist ja auch beides Rhodos, Mann. Äh, keine Form im Seelengefängnis. Mir ist keine sehr krank geworden, äh, blablabla. Heilmittel, wurde ihr gesagt, große Buch, Heilkönig, besorgen müsst ihr, einen zündlichen Opfern, blablabla. Blablabla, blablabla. Bring das Heilmittel, Rhodos zum Herber. Okay. Geh einfach hin. Du hast mich grad zu lange gebraucht. Scheiße. Ja, und auspassend im Wald? Ähm, keine Ahnung. Ich bin mit Taisias. Und wo soll das sein? Im Wald. Ja, dann müssen wir nochmal durch den Wald gehen. Wollen wir es außerhalb von der Aufnahme machen? Ja. Wir haben noch acht Minuten. Acht und halb Minuten. Wir werden sowieso nicht machen. Lass jetzt mal ein hartes Garten. Ja, okay, warte. Entschuldigung, übrigens. Tut ihm nicht gleich nicht im Ansatz. Wir stehen in letzter Zeit irgendwie auf X-Berry. Apfelsaft. Okay, los geht's. Ja, wir möchten das Ding machen. Die Straße zum Rad. Epirus Flüchtlingslager, okay. Yo, Quest. Sie kamen schnell und mit großen Kräften. Hast du Admetos gesehen? Okay. Hauptsache, wieder sechs Millionen Quests kriegen. Die Leben, wie ich in Parzeron hatte. Zwei. Und das hier, das ist alles, was ich noch habe. Der Rest ist verloren. Boah, nur schwule Scheiße. Aber ne geile... Schwule ist übrigens keine Beleidigung. Ähm, aber ne geile Arkane Form habe ich gekriegt. Ne blaue. Ich auch. Cool. Ich holte gerade ein bisschen lahm erst vor der Stadt. Ja, mach mal. Ich verkaufe gerade erstmal die ganze Intelligenz-Scheiße, die ich gekriegt habe. Alter, irgendwie gibt es hier nur noch Intelligenz-Mist, ne? Was machen die ja gerade noch? Seelengefängnis, äh, Berührung des Narren-Artefakt, Sonnenstein-Artefakt und, äh, Essenz von Yen-Lo-Wang an der Adalas. Warum habe ich drei Schriftrollen zur Vernichtung der Leere? Habe ich auch. Krone der Elemente, ja, Intelligenz-Cheiß. Nee, ich hab schon so eine Simmelzahn. Dreimal? Ja. Ja. Äh, ich guck mal kurz nach, was mein Artefakt macht. Ähm, braucht Bernsteinflakon, Zunderblitz und, äh, Essenz von Hectors Schatten. Äh, ist ein großes Artefakt. Macht Feuerschaden, Durchschlagswiderstand, GIF-Widerstand, Schildblock, Angriffsgeschwindigkeit und Wahrscheinlichkeit, äh, Geschossen auszuweichen. Das ist schon ziemlich geil. Jo, meins macht, äh, Necromantie aktiviert bei Schaden. Verschwört drei unterte Kämpfer, die den Spieler verteidigen. Auch extrem geil, Alter. Es ist mir eine Irre. Aber wir haben einen Besonstellberuhung des Schatten, äh, beruhung des Narren nicht. Ähm, bei mir haben wir alles, oder? Bernsteinflakon, Zunderblitz? Dürften wir. Ähm. Ich weiß nicht, Zunderblitz ist das, äh, du glaub ich mal. Ja, das ist hier, ach, lass uns nach, lass uns nach dem Part mal zum Übergabehändler gehen. Der Part ist ja in fünf Minuten zu Ende. Ach, ist schon wieder so ein riesiges Gebiet, Alter. Oh ja, Mutti. Ich bin fast tot. Ich hab gar nicht genug Energie die ganze Zeit. Durchgehen. Bin tot. Hab ich gesehen. Wir sind so OP. Ich pull die einfach in die Stadt rein. Wir kämpfen alle mit. Niemand kämpft eigentlich mit. Zwei Stück da vorne am Eingang. Ja, da muss wieder der Fischi kommen. Ja, da oben sind Geister. Hab was Grünes gefunden. Da waren gerade Geister. Ja, das ist okay für mich. Ich hab was Grünes. Oh, nope. Sorry, wenn ich übersteuere. Ich hab mal eine Audio-Einstellung gar nicht nachgeguckt. Weil ich dich ja wieder leiser geregelt hab. Ich hoffe, Freddy ist noch laut genug. Ist er nicht. Wahrscheinlich wirklich nicht. Oh, wie sich Eichenherz immer automatisch ausstellt, kotzt mich richtig an. Der stirbt ja auch zu oft. Nee, auch wenn ich nicht sterbe nach jedem Portal. Ich hab übrigens keine Ahnung, was das Auge ist. Äh, Jörg, wenn du weißt, was das Auge ist, sag mir doch mal bitte Bescheid. Oder irgendwer anders. Jörg. Nee, ein, ein anderer guckt das Video auch noch. Hier, dieser, mein neuer Abonnent. Oh, danke, danke. Oh, ja, Schleck, Schleck. Ich kann jetzt übrigens sehen, dass du mich abonniert hast. Hab ich ja nicht ausgestellt. Ja, aber du hattest, ich konnt's nie sehen bei dir. Komm, ich de-abonniert dich jetzt, damit du dich nicht so, so, damit du nicht so, damit du nicht so, damit du dich nie an was Neues gewöhnen musst, weißt du? Damit ich wieder nur 32 Abonnenten hab. Oh, yes. Die Wichser wieder. Und, dann? Erst das down. Schattenskelette find ich cool. Die Musik hört sich grad dann ein bisschen cool an. Ja. Artenkönig schon. Ich hab mir übrigens, äh... Die haben mich irgendwie grad so ein bisschen an Battle Rims, ich weiß nicht wieso. Ja. Battle Rims werde ich übrigens auch weitermachen, sobald ich's hinkriege, das zu installieren. Du hast ja jetzt ein Laufwerk. Ja, aber irgendwie, äh, buggt das ein bisschen rum. Das hängt sich immer auf. Du hast einfach nur keinen Bock dazu gehabt. Was? Du hast einfach nur keinen Bock dazu gehabt. Nein, das hat sich aufgehangen. Ich hab's vier oder fünfmal versucht, das hat sich jedes Mal aufgehangen bei der Installation. Mach ich ja auch irgendwie Bock bei Streams zu zocken, ey. Können wir ja zusammen zocken. Nee. Gibt's leider nicht auf Steam, sonst hätt ich mich schon auf Steam gekauft. Sicher? Ja. Genauso sicher wie du bei Sacred warst, was es nicht gibt? Nee. Was ich zweimal auf Steam hab? Das war nämlich das, was ich mit, äh, äh, mit Steam, äh, mit Sacred verwechselt hab, ja genau. Ihr meint nämlich, letztens, äh, Sacred ist nicht auf Steam, dann hab ich so mein Steam-Mann-Teilguckt. Mensch, ich hab's ja zweimal da drin. Wieso hast du das eigentlich zweimal? Keine Ahnung, es war zweimal im Angebot. Hä? Ja, es war einmal im Angebot, äh, da wollte ich das ja irgendwie, ich wollte das ja irgendwie so verschenken, irgendwie nach dem Let's Play vielleicht. So wie du Titan gehörst, auch verschenken willst du nach dem Let's Play vielleicht. Vielleicht, ja. Aber da ich sowieso kein Abonnent hab, ist das sowieso, äh, nicht relevant, weil, dann kann ich ja nicht irgendwie so eine Verlosung machen, dann kriegt das einfach irgendjemand. Bei Sacred kannst du Jörg schenken. Der wird bestimmt treu zugucken. Ja, und das eine Sacred mir kauft, damit ich vielleicht auch mein Steam-Account aktivieren kann, falls ich Bock hab. Okay. Man weiß ja nie, wie lange sie die jetzt halten und alles und dann. Ja, ich muss es ja auch wieder installieren, erst mal. Du hast es doch. Nein, hab ich eben nicht. Ich hab nur Underworld. Du meinst doch, du hast es. Was? Du meinst, du hast es neu installiert, du hast mich gefragt, ob ich... Ja, stimmt. Ja, 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 sorry, dass ich lebe. Waren es nicht schon nochmal fünf Minuten? Ähm. Mein Handy ist gerade ausgegangen. Moment, ich muss nach. Ich hasse es, mit links mein Handy zu entsperren. Äh, eine Minute, da reiß ich noch. Ich hab erstmal alle Alaramias getötet und du hast einfach einen Timer geguckt. Amateur. Geguckt. Amateur. Hast du dir eigentlich Payday 1 geholt? Nee. War gratis. Ich weiß. Ist es immer noch übrigens. Ist es nicht. Ist es ganze Wochenende über. Nein. Aber Zombie hat das in seinem Video gesagt. Ja, Zombie hat keine Ahnung. Wir hören uns für richtige Zombie-Fans ein, weil wir, äh, wenn wir über Videos reden, meistens über Zombies Videos reden. Ja, weil Zombie ist einfach der einzige YouTuber, der... Den wir beide schauen. ...kann, dass ich noch gucke. Den wir beide schauen. Ja, ich schaue ihn. Ich gucke ihn hin und wieder mal. Oh, jetzt ist ein Heldenmonster. How about... No. How about kill? Okay, Mana downburst. Ich nehm sein Mana nicht weg. Doch. Aber nicht. Nein. Er ist tot. Dafür mach ich zu viel Schaden. Oh Gott. Ich muss mir noch Sims kaufen für nächste Woche. Fällt mir grad auf. Jo, und das ist der Timer. Ähm. Wir machen jetzt nur noch alles kalt. Das ist nur ein Gegner. Ich muss mir eigentlich noch Sims für nächste Woche kaufen. Ja, dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und schau Leute. Tschüss.